hallo freunde von der wende willkommen bei einer neuen pvp erwähnen herrschaft fünf gegen fünf spannend wie die sache hier aussieht war immer ob wir wieder solche komischen leute bei haben die meinen rumzustehen oder weiß ich nicht was oder auszulocken keine ahnung was in den schädeln vorgeht ein ein Ist zwar bloß ein Spiel, aber trotzdem braucht man sich nicht hinstellen, wenn man ein bisschen Aua-Aua kriegt. Gehört sich einfach nicht. Gehört sich einfach nicht. Gehört sich einfach nicht. euer team dominiert man kann auch jetzt Trotzdem versuchen das Ding zu reißen. Auch wenn man verliert oder so ist, muss man sich nicht unbedingt hinstellen, das ist ein absolutes No-Go, da sehe ich auch nicht ein, obwohl es gesagt nur ein Spiel ist. Der Gegner dominiert! Der Gegner dominiert! Der Gegner ist ein solches Spiel, der sich in die Einheit schreifft und sich in die Einheit schreifft. Der Gegner ist ein solches Spiel. Der Gegner ist ein solches Spiel. Ich bin nicht mehr so weit, aber ich bin nicht mehr so weit. Wenn man es richtig erstellt Wenn die Bruder rumreißen Trotzdem Ist denn das Und zu dritt oder zuvier Keine Ahnung Gewinnen Alle schon vorbeikommen Alle schon gehabt Auch wenn man sich mal schwerfällt Und die wirklich zu stark sind Muss man sich nicht hinstellen Irgendwo in der Ecke No go Oh, wasser Das war's für heute. Na, mir fallen die noch. Ihr Team dominiert! Ihr Team dominiert! . . . . . . . Ich weiß nicht, was ich denn da ist. Naja, egal. Na, da kriegst du zwei Kilpen zu haben. Wer sollt.